Zurück zu unserer Familie, zu unseren Freunden, zurück zu euch. Hallo Hannover! Aber wir sind nicht allein gekommen und es ist natürlich ein ganz besonderer Moment für uns heute Abend, hier auf der Bühne zu stehen, nicht mit einem der Weltbesten, sondern mit dem weltbesten klassischen Orchester. Hier in Hannover heute Abend, der Preußtag Arena. Would you welcome please Christian Kolonowicz und das Berliner Philharmonische Orchester! Applaus Als wir Anfang des Jahres an diesem Projekt angefangen haben zu arbeiten, waren wir in Wien und haben für den Song, den wir als nächstes spielen wollen, ein Chor gesucht. Wir haben ein Kinderchor gesucht für den Song, der später einmal die Expo-Hymne werden sollte. Und wir haben ein Chor gefunden in Wien und sie singen wie die Engel und ich hätte sie genannt The Angels from Vienna, aber sie heißen die Kompolzkirchener Spatzen. Hier kommen sie! Sie haben schon mit den ganz Großen dieser Welt gesungen und anderen auch mit den drei Tenören. Heute Abend muss es ein halber Tenor schaffen hier auf der Bühne, aber ich denke, dafür singen wir die Expo-Hymne zusammen. Hier ist Moment of Glory! Applaus 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 Der Moment der Freiheit Der Moment der Freiheit A new destination A planet of visions Is calling today Another thousand years Seems so long I'm just a passenger And the ride Has just begun There we go! Moment of glory Moment of glory Called evolution But I see the world With the eyes of a chair A new beginning A moment of freedom Like angels are singing To this home Full of joy Inside of heaven Lost in the chamber I will be there When the future Arise Moment of glory 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 Ich bin ein Jäu-Jäu-Jäu. Ich bin ein Jäu-Jäu. Musik Musik Applaus